Zeit, dass wir Gas geben, ihr müsst von da hinten in eurem Bier wagen, das Bier bleibt erhalten, ein Schritt nach vorne kommen, an die Bühne, denn jetzt geht es los mit der Original Mallorca Party 2018 hier in Volkerode, denn sie sind jetzt da, live für euch auf der Bühne, unsere Startnummer 1, die besten Jungs, die Volkerode je gesehen hat, hier sind für euch, Abtatt Lederhorte! Bis zum nächsten Mal!